Ich habe schon eine Challenge, dass ich sage, ich möchte innerhalb der nächsten drei Jahre der Makler am Standort sein. Also du willst da die Marktführerschaft übernehmen und da Gast geben und denen schon auch zeigen, wo der Hammer hängt. Drei Jahre? Ist das nicht ein bisschen lang? Ein bisschen. Herzlichen Willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Mein Name ist Heinz Bosbach und ich habe heute eine spannende Person hier bei mir. Und wir reden heute über das Thema Immobilienmakler werden und vom Banker, von der Bankerin zur Immobilienmaklerin. Was war die Reise? Herzlich Willkommen, liebe Ann-Kathrin. Schön, dass du da bist. Hallo Heinz. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du? Welche Region arbeitest du? Schöne dir einfach mal kurz vor. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Wethekam. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus NRW, aus der Ecke Wuppertal, Bochum, Essen so den Raum und komme ursprünglich aus der Bank und habe mich halt entschieden, in 2018 den Weg aus der Bank heraus zu gehen. Dann erst Schwerpunkt Hausverwaltung selbstständig gewesen und habe jetzt aber, ich sage mal, den Break Anfang des Jahres gesetzt und bin jetzt seit dem zweiten Quartal diesen Jahres mit Schwerpunkt Immobilienmakler an neuem Standort tätig und ja, das bin ich. Sehr cool. Lass uns doch mal direkt zurückgehen. Bank. Du hast bei der Bank gearbeitet, auch nicht bei einer kleinen Bank. Ja, du hast auch da, glaube ich, schon große Verantwortung auch gehabt bei der Bank. Erzähl doch mal, was hat dich denn überhaupt bewogen? Wir wollen ja Immobilienmakler werden. Ja, was hat dich denn überhaupt genervt in deinem Angestelltenjob? Also was, was konntest du dort nicht machen, was du gerne gemacht hättest zum Beispiel? Also es war so halt Struktur. Die Struktur habe ich sehr gefeiert, habe ich auch genossen. Ich habe mich aber immer weniger in dieser Struktur auch gefunden, weil halt einfach der Bankenalltag verändert sich, wird immer weiter automatisiert und ich sage mal, meine Individualität beim Kunden ist immer weiter verloren gegangen und das ist halt etwas, was mich auf meiner Reise nicht glücklich gestimmt hat. Also ich wollte immer gerne den Kundenkontakt haben und das auch individuell auf den Einzelkunden abgestimmt, was in dem Segment einfach in dem Ausmaß nicht mehr möglich gewesen ist. Dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, möchtest du das jetzt bis zur Rente so machen? Und das war ein ganz klares Nein und dann war der Zeitpunkt, sich zu verändern. Okay, also das heißt, Produkte zu verkaufen, die die Bank will, dass man sie verkauft und nicht mehr die Beratung an sich im Vordergrund steht oder was war da das Thema? Das noch nicht mal. Also die Möglichkeit gab es auch, aber ich war schon spezialisiert in einem Bereich, wo es individuell gewesen ist. Ich hatte aber einfach immer eine Struktur, wo ich gezwungen wurde, dieses Schema F einzuhalten und durfte nicht nach links und rechts abweichen und habe halt auch den, ich sage mal, die quachliche Qualifikation ist immer weiter dem Automatismus gewichen und das ist halt etwas, was nicht mein Anspruch an einem Kunden ist. Okay, verstehe. Wie war denn in deiner damaligen Arbeit das Thema Immobilie? Was hat das für eine Rolle gespielt? Ja, schon ein großes. Also ich war in dem Bereich, ich habe Führungsverantwortung gehabt und habe auch ein Finanzierungsvolumen, was ich verantwortet habe, habe Kunden im Bereich Finanzierungen auch begleitet, habe mit Kunden über Struktur, Immobilienerwerb gesprochen, Lebensplanung, habe auch mein Betriebswirtschaftsstudium damals auf Schwerpunkt Immobilien gesetzt, sodass es schon auch immer Leidenschaftsthema von mir gewesen ist. Okay, aber jetzt erklären wir mal, wie bist du in einer großen Bank, gut gesettelt, wie verrückt muss man denn sein, wenn man sowas aufgibt? Ja, schon so ein bisschen. Erzähl mal. Ja, also das ist eigentlich, ich sage jetzt mal der größte Sprung, wo man einfach auch sagt, in der Bank geht es einem schon gut. Also man, ich sage mal, wenn du da nicht die göllenen Löffel klaust, dann brauchst du dir da eigentlich auch keine Sorgen machen und bist da wirklich gut situiert und auch in einem sicheren Stuhl. War bei mir zumindest auch so, ich bin die Karriereleiter auch immer weiter nach oben geklettert, kann mich da überhaupt nicht beklagen, aber ich bin mir selber einfach nicht mehr treu gewesen. Okay, also einfach, das kann es nicht gewesen sein sozusagen. Genau. Und das ist ja auch bei vielen anderen der Fall, also die, die wirklich jetzt, ich sage mal, in die Selbstständigkeit wollen, jetzt Beispiel Immobilienmaklerin werden, ist es ja tatsächlich irgendwas, was einen bewegt, da etwas zu tun, was man so als Angestellte nicht tun kann. Was hattest du denn für eine Idee, wie es ist, jetzt selbstständig zu sein, also zur Unternehmerin zu werden? Du hast ja erst gesagt, Hausverwaltung, das ist ja jetzt nochmal ein anderes Thema. Also ist jetzt ja nicht so super spannend für die einen oder anderen. Vielleicht denkt der eine, oh ja, ist auch spannend. Ja, wie war das denn für dich, also von der Bank jetzt in die Hausverwaltung reinzukommen? Also das ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, der Klassiker, diesen Schritt zu gehen, weil tief im Inneren bist du erstmal der Angestellte, der gewohnt ist, eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben, die du durch die Hausverwaltung halt eher sicherstellen kannst, als durch das Immobilienmaklergeschäft. Also das ist eigentlich, wenn man so möchte, ich sage mal, der halbe Schritt in die Selbstständigkeit. Versuchen aber nicht ganz zu gehen, aber war halt immer noch nicht der Schritt, den ich auch machen wollte, wo ich auch mich nicht gefunden habe. Der Schritt in dieses Risiko zu gehen, der Selbstständigkeit, war für mich tatsächlich das größte Problem, weil eben, ich sage mal, ich war es in der Vergangenheit immer gewohnt, am 15., dass das Gehalt pünktlich aufs Konto gekommen ist. Das da rauszukommen, ist das Schwierigste, aber wenn du das wirklich im Kopf ausschaltest und du dich auch wirklich fokussieren kannst auf deine Sachen, dann ist es das, was dich auch wirklich nach vorne bringt. Und was für mich tatsächlich der größte Schritt in der Entwicklung gewesen ist, um auch Richtung Unternehmerdenken auch zu kommen. Okay. Und was war jetzt das Thema Hausverwaltung, wo du dann gesagt hast, wo bin ich denn hier reingeraten? Gab es da so einen Moment? Ich bin halt kein Steuerberater und Bürotyp. Also ich bin der, ich möchte mit Kunden zu tun haben. Ich möchte, ich mag Vertrieb. Ich habe immer gerne Vertrieb gemacht und in Verwaltung, wie der Name schon sagt, du verwaltest halt eher. Ich sage mal, du bist Mädchen für alles, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der Anspruch, wo ich einfach auch hin wollte, weil natürlich auch der Immobilienmakler an sich ist schon eine Schippe drauf, auch anspruchsvoller. Okay, also wenn einer jetzt Hausverwaltung macht, also sagt, das wäre jetzt eine Idee, dann sollte man welcher Typ sein? Jemand, der gerne analytisch strukturiert auch ist und für den es auch jetzt, der es auch genießt, ich sage mal, einen Großteil seiner Woche am Schreibtisch zu verbringen. Bei mir ist es so, ich bin stark am Kunden. Ich verbringe meine Zeit lieber draußen in der Welt, um Geschäft auch zu akquirieren. Und da bist du halt einfach in der Verwaltung falsch. Wenn du sagst, Verwaltung, ich organisiere, ich strukturiere, ich analysiere etwas, dann bist du da perfekt aufgehoben und kannst da wirklich auch sehr erfolgreich sein, weil da auch ein Bedarf definitiv da ist. Es werden viele Gute gesucht. Es ist aber nicht mein richtiger Weg gewesen. Okay, jetzt hast du ja so ein bisschen, also hier und da mal, aber irgendwie nicht so richtig weder Fisch noch Fleisch in dieser Anfangsphase. Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Das war ja auch ein Learning bei dir. Was war dann jetzt der ausschlaggebende Punkt zu sagen, so also irgendwas läuft immer noch schief oder immer noch nicht gerade? Und dann, du hast gerade ja schon gesagt, eher vertriebsorientiert. Was war denn dann der letzte entscheidende Punkt zu sagen, so und jetzt geht es auf das Thema Makler? Das Gespräch mit dir, Heinz. Also tatsächlich, wir haben, also ich habe es immer mal schon auch innerlich so mit mir auch die Gespräche geführt. Aber als wir auch irgendwann Richtung, ich weiß nicht, Herbst, Ende letzten Jahres in die Gespräche gegangen sind und wo du mir halt auch ein bisschen den Kopf gewaschen hast und gesagt hast, fokussier dich, weil dann kannst du in deinen Bereichen auch einfach besser sein und da auch 100 Prozent geben. Und ich habe das auf mich wirken lassen, habe das analysiert und dann halt auch gesagt, ja, das stimmt, was du sagst, das ist schon richtig und habe es dann für mich halt auch umgesetzt und habe dann halt wirklich auch den, ich sage mal, die Hartbremse gezogen, weil ich halt wirklich alles dann umgeworfen habe. Neuen Standort, neuen Schwerpunkt mit allem drum und dran und bin jetzt an meinem neuen Standort mit der Filmierung, so wie sie jetzt ist, seit April diesen Jahres. Okay, genau, das war wirklich der klare Break, wo du gesagt hast, hey, das ziehe ich jetzt durch ohne Wenn und Aber. Genau. Jetzt hast du ja die ersten Monate hinter dir und ich glaube, du bist sehr happy, du hast einen schönen Laden und hast einen schönen Standort ausgesucht, den hast du ja auch durchaus gewählt. Was hast du da, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe halt mich schon damit auch beschäftigt, okay, was ist so das Umfeld? Ich sitze in Hattingen, Hattingen gehört zum Ende-Pro-Kreis, ist aber auch definitiv von der Umgebung her sehr gut gewählt. Du hast Essen, du hast Bochum im unmittelbaren Umfeld, sodass du halt auch eine Vielfältigkeit hast, sei es jetzt Kapitalanlagen, aber auch Privatpersonen. Du hast viel Pendlerverkehr in diesem Bereich, sodass du ein großes Segment an Kunden hast und aber auch eine Kaufkraft hast, die schon auch attraktiv ist. Nichtsdestotrotz hat Hattingen halt einen ländlichen Charme, sodass du da auch ein schönes Miteinander hast, wo du halt auch sehr, sehr angenehme Netzwerkarbeit machen kannst, weil das ist natürlich das A und O des Immobilienmaklers, dass du dich bekannt machst. Weil nur wenn die Leute wissen, dass es dich gibt, dann kommen sie auch auf dich zu, wenn sie in dem Bereich Unterstützung brauchen. Okay, also Hattingen ist ein schönes kleines Städtchen, kann man das so sagen? Absolut. Wie viel Einwohner hat das? Um die, also es kommt immer ein bisschen darauf an, was man mit dazu zieht, also so ich sage mal um die 50.000 ungefähr. Mit Umgebung sozusagen, okay. Das ist natürlich eine schöne Größe, ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt mal so da drauf schaust, was würdest du denn auch den Zuhörern da draußen, sagst du, was sind eigentlich so die größten Fehler, die du gemacht hast? Oder hast du überhaupt Fehler gemacht? Wenn ja, welche. Wo du sagst, so jetzt retrospektiv, so im Nachgang, die würde ich nicht mehr machen. Oder Tipps? Ja, also ich muss sagen, ich habe halt am Anfang für mich tatsächlich gedacht, das kriegst du schon so hin. Das funktioniert schon und auch diese Kombination, das funktioniert. Aber dieses immer auf zwei Stühlen sitzen zu können, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, gerade wenn man auch einen hohen Anspruch hat. Also wenn du, wenn du sagst, du möchtest deine Arbeit auch qualitativ hochwertig machen, dann bleibt irgendwie immer etwas auf der Strecke. Und dafür kann ich nur den Tipp geben, fokussiert euch, macht das richtig und macht auch das, was ihr wollt, zu 100 Prozent. Also eine Sache. Genau, eine Sache zu 100 Prozent, um da halt den Fokus auch richtig draufsetzen zu können. Und dann ist es für mich halt einfach auch, mir hilft Struktur, ich kenne Struktur von früher. Und auf einmal da zu sitzen und alleine für eine Struktur verantwortlich zu sein, war für mich halt schwierig. Und da bin ich halt für mich dann auch auf die Suche gegangen und habe gedacht, okay, es muss ja da eine Struktur in dem Bereich geben. Ich bin ja jetzt nicht die Erste, die in dieser Situation ist und da habe ich mir dann Hilfe gesucht, ja. Okay, also das heißt, das ist schon sehr cool, auch weil es in eine Formel passt, ja. Also, dass du fleißig bist, kann ich nur bestätigen, ja, das ist schon mal klar. Zweitens auf jeden Fall eben dieses System, wir reden ja von System, wir reden von, du redest von Struktur, Prozesse, System, also im Prinzip, wie baue ich meinen Laden wirklich auf, ja. Lernen von Erfolgreichen an der Stelle, ja, und nicht selber irgendwie versuchen, da rumzulaufen, rumzuirren. Und du bist ja jetzt nicht eine Person, die, ich hätte jetzt beinahe was gesagt, der auf der Wursensuppe dahergeschwommen kam, ja. Ja, du hast ja schon Erfahrung, zwar jetzt im Finanzbereich, bei der Bank, aber du hast in einem Konzern gearbeitet. Du hast ja jetzt nicht in irgendeiner Klitsche gearbeitet, ne, sondern in einem Konzern, wo natürlich Strukturen das A und O sind. Absolut. Im Konzern vielleicht ein bisschen übertrieben, also nicht übertrieben, aber für jemand, wenn man es jetzt auch für ein kleineres Unternehmen sieht, übertrieben. Aber ohne das geht es halt nicht. Du kannst nicht skalieren, du kannst nicht größer, du kannst nicht wachsen, du kannst nicht, auch schon nicht ins Standort erobern, weil wir sind halt nicht mehr vor 30, 40, 50 Jahren, wo du eigentlich nur da sein musstest, irgendwo an einem Standort, um dann als Immobilienmakler sozusagen dein Geschäft als einziger am Standort, also da war es so nach dem Motto, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja so ein bisschen bei dem einen oder anderen Platz, den es schon seit 30, 40 Jahren gibt. Einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann nicht, sagen wir mal, mehr richtig als falsch gemacht. Absolut. So ungefähr, das ist aber heute nicht mehr so. Punkt, oder? Nein. Also du musst dich heute behaupten, du musst heute schon was ziemlich besser und geiler machen als die anderen, weil ansonsten wirst du ja nicht wahrgenommen, oder? Nee, ist definitiv so, ja, absolut. Ja? Weil, ich sage mal, die Konkurrenz schläft ja auch nicht, ne? Also du hast viele Konkurrenten am Markt und da kannst du nur innovativ oder mit Qualität überzeugen. Das ist so. Genau. Okay, was würdest du noch als Idee oder noch als Fehler ansehen, wo du sagst, also das würde ich jetzt auch nicht nochmal unbedingt ein zweites und ein drittes Mal machen wollen? Ich bin halt damals eine Partnerschaft eingegangen in einer Zusammenarbeit, weil das für mich halt einfach auch ein Schritt gewesen ist, in ein Unternehmen mit einzusteigen. Würde ich heute nicht nochmal machen, ganz einfach dahingehend. Ich habe ja eine Vision, die ich umsetzen möchte und ich möchte nicht erst meinem Geschäftspartner gegenüber meine Vision verkaufen, sondern ich brenne für meine Vision und ich kann auch, wenn es meine ist, die am besten selber realisieren und auch umsetzen. Und das kann ich nur, wenn ich diese Marke bin, die ich auch nach außen trage. Also und von daher kann ich eigentlich nur den Tipp geben, auch wenn das Risiko im ersten Moment größer aussieht, man soll es lieber alleine wagen, weil das dann auch einfach die bessere Lösung, also für mich die bessere Variante ist. Ich meine, das erlebe ich ja immer wieder bei dem Thema Franchise-Modelle. Dass also viele glauben, dass das sozusagen eine, ich nenne es mal Krücke, Krücke ist und man will nicht ganz alleine und dann glaubt man, man kriegt jetzt etwas dort, was man vielleicht selber so nicht kann. Der Irrglaube dabei ist halt nur, dass letztendlich am Ende des Tages die einem auch nicht wirklich weiterhelfen, wenn man selber keinen Plan hat. Das ist so. Das ist halt einfach so. Ja, das ist so. Und der Irrglaube gerade bei den Franchisern ist halt, dass sie so von Riesensystemen, die sind ja gar nicht da. Diese Riesensysteme, die reden alle von Riesensystemen, die sind ja überhaupt nicht da. Ja, da gibt es ein paar Flyer und gibt es ein bisschen Marketing und so weiter. Aber wirklich strukturiert, wirklich systematisch, wirklich prozessorientiert sind die ja gar nicht. Nein. Oder? Nein, absolut nicht. Und vor allem, da gibt es halt auch einen Werbeauftritt, in den ich mich eingliedern muss. Ob der jetzt auf mich persönlich der passende ist oder nicht, steht der ganz auf einem anderen Blatt Papier. Aber die haben natürlich ihr Konzept, ihre Geschichte, die sie erzählen wollen. Und dann bist du halt die Figur, die das Ganze umsetzt. Und so kann ich meine Geschichte erzählen, wie ich es möchte. Ja, vor allen Dingen ist ja auch eine Sache ganz entscheidend. Es ist deine Selbstständigkeit. Absolut. Und es ist deine Selbstständigkeit und der Punkt ist, entweder triffst du jetzt die Entscheidung für dich. Und da sind wir ja genau bei dem Thema. Also so ein bisschen schwanger geht halt nicht. Weißt du? Entweder richtig oder gar nicht. Und es ist und bleibt eine Krücke. Natürlich kannst du eine Partnerschaft eingehen, aber du musst halt auch das Modell kennen, das Geschäftsmodell. Du musst Ahnung haben, du musst im Sattel sitzen. Und dann kann man sich hernach später dafür entscheiden. Dann holt man sich aber den Richtigen an Bord, der auch zu einem passt und der das teilt, was man selber. Aber dann kannst du dir natürlich auch die Mitarbeiter ranholen, um dann dahin zu gehen. Also ich glaube, gerade auch bei den Lizenz- und Franchise-Systemen ist es tatsächlich so, dass die Leute da sehr viel Hoffnung reinstecken. Und durchaus, ich will jetzt nicht sagen immer, aber doch das ein oder andere Mal schwer enttäuscht werden, die Erwartungen nicht erfüllt werden. Kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also da bin ich jetzt mal so vollmundig und sage, da kriegen die Leute bei mir, ohne dass sie Provisionen abgeben müssen, kriegen sie bei mir ein fix und fertiges Business in the Box mit allem, was sie brauchen, um wirklich erfolgreich zu werden. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht zu sagen. Ja, sofort. Ich feiere das total. Ich bin sehr froh, dass ich in das Coaching reingegangen bin, weil es für mich halt einfach die Struktur war, die ich gesucht habe, um zielgerichtet mein Ziel erreichen zu können. Okay, lass uns mal direkt dann jetzt von den Fehlern nochmal tatsächlich auf die erfolgreichen Aktionen. Also die Aktionen, wo du wirklich sagst, das sind die Dinge, die sind wichtig. Darauf musst du achten, damit du, sozusagen damit der Jet abheben kann. Also das A und O ist natürlich Akquise, Werbung. Die Leute müssen wissen, dass es dich gibt. Du musst auch, du darfst keine Scheu davor haben, dass die Leute dich auf der Straße erkennen. Also es gibt ja tatsächlich auch heute immer noch Immobilienmakler, wo keiner weiß, wie die aussehen, wo nur der Name bekannt ist. Soll es geben, wirklich, ja. Absolut. Man muss sich gerne zeigen. Also man muss gerne in Kommunikation mit Leuten sein. Man muss ein Netzwerker sein. Man muss eine gewisse Struktur auch mit Werbung, mit Flyer, mit allem drum und dran haben, um einfach auch kontinuierlich an seinem Erfolg arbeiten zu können. Weil es bringt jetzt nichts, morgens die Tür aufzuschließen und zu hoffen, dass jemand reinkommt. Also die Zeiten sind vorbei. Aber jetzt sagen ja vielleicht wieder andere, ja Flyer, das ist ja total old school, ja. Da mache ich doch Online-Marketing und so weiter. Sag doch mal aus deiner eigenen Perspektive, als Starter, als wirklich als Newcomer, so sage ich es jetzt einfach mal, warum? Was ist daran so cool oder so wichtig? Die können wegen mir gerne beim Online-Marketing bleiben, habe ich gar kein Problem mit. Man muss jetzt aber auch einfach mal die Generation in Relation setzen, die ich ansprechen möchte. Und ich sage mal, die Kunden, die ihre Häuser verkaufen wollen, sind, ich sage mal, 60, 65 plus. Die sind noch nicht so digital unterwegs. Also es ist vielleicht eine Generation weiter, sprechen wir über ein ganz anderes, ganz anderes Thema. Aber die lesen halt auch noch ihre Zeitung und die gucken in den Briefkasten und merken, wenn der Postbote kommt. Und die finden es auch schön, etwas in den Händen halten zu können. Oder aber auch in einem Ort, an einem Ladenlokal vorbeizugehen und zu sehen, okay, das ist jemand, der präsent ist. Die gucken nicht bei Google und suchen. Die gibt es mit Sicherheit auch. Und auch, ich sage mal, wenn gerade eine Erbengeneration einen Makler sucht, der guckt im Netz, wenn er auch vielleicht nicht vor Ort ist. Und deshalb ist es halt wichtig, eine gewisse Vielfältigkeit einfach auch an den Tag zu bringen, um einfach das Spektrum der Ansprache möglichst breit zu streuen. Ja, also bist du auch sympathisch, wir finden dich cool und so weiter. Ach, das ist doch die, kenne ich ja vielleicht sogar noch von der Bank oder was auch immer. Jetzt ist ja völlig wurscht am Ende des Tages. Also okay, Marketingrakete muss abgefeuert werden. Und was würdest du denn sagen, auch was das Thema Know-how, Wissen etc. angeht? Wissen gibt Sicherheit. Also mein Kunde merkt mir sehr schnell gegenüber, ob ich weiß, wovon ich rede. Und also ich habe es früher schon immer auch Leuten, die ich ausgebildet habe, gesagt, also auch wenn ihr mit einem Kunden einen Kreditvertrag durchgeht, lest euch den doch einmal von vorne bis hinten durch. Weil nur wenn du weißt, was da drin steht, kannst du auch auf Fragen, die beim Kunden aufkommen, vernünftig antworten. Und das ist genau das Gleiche. Der Kunde braucht Hilfe. Der Kunde kommt zu mir, weil er Unterstützung hat. Und dann ist es nur dem Kunden gerecht, eine Antwort nicht mit einem gesunden Halbwissen zu geben. Das A und O in meinem Wissen, finde ich, ist Beratungsqualität. Okay, cool. Kannst du mal vielleicht zum Abschluss mit einem oder vielleicht auch zwei, drei Sätzen beschreiben, was dir oder wobei dir das Coaching tatsächlich hilft oder die Zusammenarbeit mit mir? Also mir hilft zum einen, um im Bereich Marketing eine Unterstützung zu bekommen. Da hilft mir das Coaching sehr, weil es einfach auch eine Unterstützung ist. Du hast einfach mehr Erfahrung in dem Bereich und kannst da auch auf einen Wissenschaftsschatz zugreifen. Dann finde ich es sehr gut, dieser regelmäßige Austausch, auch mit dir, auch in der Gruppe untereinander. Weil man einfach auch, auch wenn ich am Standort XY bin, ich habe ja die gleichen Probleme wie mein Gegenüber und dann ist es oft wichtig. Und da zehre ich sehr viel von, wenn man einen regelmäßigen Austausch auch hat und auch dieses vertrauensvolle Miteinander, wo man einfach, ja, wo einem geholfen wird. Was gibt dir denn Sicherheit? Also ich sage mal, wir haben ja jetzt mehr als nur Austausch und Gespräche miteinander, sondern wir geben dir ja auch die Struktur. Absolut. Nicht vor, aber schon ein bisschen, wo ich sage, ihr macht das so, weil alles andere macht keinen Sinn. Gibt dir das die Sicherheit auch, die du dir gewünscht hast? Wie ist das? Ja, total. Mich motiviert aber halt auch andere Teilnehmer zu sehen, die halt, ich sage mal, stringent es umgesetzt haben, wo jetzt auch sich der Erfolg einfach abgezeichnet hat. Und da sieht man eben auch, ich feiere das total zu sehen, wie die Entwicklung bei Leuten gewesen ist und wie die sich auf einmal verwandeln und total begeistert davon sprechen. Und das motiviert mich. Also es ist ja das eine zu sagen, wie es funktioniert, aber auch das andere bei Leuten zu erleben, wo es halt auch funktioniert hat. Würdest du da dein, wie sehr und wie wichtig findest du Challenge dann an der Stelle? Ich habe eine Challenge mit mir selber. Also ich habe Ziele, die ich erreichen möchte, die ich ganz strukturiert abarbeite. Eine Challenge jetzt in der Gruppe untereinander reizt mich gar nicht. Nee, ich meine jetzt so Challenge so auch an deinem Standort. Definitiv. Okay, was ist das? Was hast du für eine Challenge da? Soll ich dir jetzt verraten? Ja, klar, natürlich. Ich habe schon eine Challenge, dass ich sage, ich möchte innerhalb der nächsten drei Jahre der Makler am Standort sein. Also du willst da die Marktführerschaft übernehmen und da Gas geben und denen schon auch zeigen, wo der Hammer hängt. Drei Jahre? Ist das nicht ein bisschen lang? Muss ja. Also drei Jahre finde ich jetzt aber ein bisschen sehr lang. Das kriegen wir doch auch schneller hin, oder? Supergebietes Gruß. Ja, mal gerne. Deshalb sitze ich ja hier, ne? Genau. Okay, super. Schön, dass du da warst, Ann-Kathrin. Danke auch für deine Offenheit. Gerne. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Folgt uns auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, überall, wo es auch immer geht. Schreibt uns gerne einen Kommentar, auch gerne eure Fragen zum Thema, wie starte ich als Immobilienmakler? Wie werde ich Immobilienmakler, Immobilienmaklerin selbstverständlich? Und eine Sache nicht vergessen, weil das ist das Allerwichtigste. Damit du nichts mehr verpasst, abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, macht's gut und alles Gute.